Herzlich willkommen zur Besprechung der Option nach § 9 des Umsatzsteuergesetzes im Lärmfeld 3. Im Lärmfeld 3, erstes Ausbildungsjahr, Umsatzsteuer national. Da geht es ja darum, dass Sie das Umsatzsteuerschema kennenlernen und heute ist die Option dran. Beim letzten Mal hatten wir die Steuerbefreiung gehabt. Wie gehen wir vor? Zunächst habe ich einen Ausgangssachfall für Sie, ein dreigeschessiges Gebäude. Da stellt sich dann die Frage der Option. Dann werden wir uns die Voraussetzungen für die Option mit Hilfe des Gesetzestextes angucken und die Rechtsfolge. Und dann lösen wir den Fall auf in verschiedenen Varianten. Einmal keine Option, einmal die Variante Option mit Neubau, einmal Option mit Umsatzsteuerlichen Altbau. Wenn Sie das interessiert, sind Sie genau richtig hier. Mein Name ist Karl Boman, ich bin Diplom Finanzwert, Diplom Handelslehrer und Steuerberater. Ich freue mich, Sie durchs Video führen zu können. Bevor wir allerdings einsteigen, ganz kurzer Werbeblog, nämlich Werbeblogs für die Textteacher Tutorials GbR. Meine Partnerin und ich, wir freuen uns für die ersten 12 Lärmfelder, Musterklausuren mit Musterlösung und ausführlichen Erklärvideos für Sie erstellt zu haben und noch weiter zu erstellen. Bis jetzt sind wir beim Lärmfeld 5 angelangt, weiter geht es erstmal noch nicht, weil ich jetzt noch erstmal so ein bisschen abwarten möchte, Stand Februar, was mit dem Wachstum Chancengesetz wird. Wird es umgesetzt, wird es nicht umgesetzt und dann will ich es nämlich nach dem neuen Recht drehen. Das ist der Grund dafür. Doch für die ersten vier Lärmfelder, erstes Ausbildungsjahr steht alles für Sie bereit. Da sehen Sie hier das Angebot, jedes Lärmfeld würde einzeln 99 Euro kosten, brutto. Wenn Sie sich für das Gesamtpaket erstes Ausbildungsjahr entscheiden, dann sparen Sie die Hälfte. 199. Und es sind jeweils immer zwei, beziehungsweise immer drei Klausuren enthalten. Wirklich Musterklausur, Musterlösung, ausführliches Erklärvideo, passgenau für die Ausbildung, erstellt für Sie mit einem enormen Mehrwert, was wirklich so den Ausbildungserfolg nochmal skaliert. Das war der Werbeblock und jetzt gehen wir rüber zur eigentlichen Besprechung. Erstmal Einordnung der Optionen. Das sind ja hier erstmal die Stufen. Man prüft ja immer erstmal die Steuerbarkeit. Dafür gibt es Videos auf der Seite der Steuerberaterkammer Niedersachsen. Deswegen habe ich da auch keine Videos zu erstellt, sondern ich hatte beim letzten Mal angefangen mit der Steuerpflicht, Paragraf 4. Und heute ist hier die Option dran. Und in den zukünftigen Videos danach geht es halt mit einer Bemessungsgrundlage weiter, aber nur der Paragraf 10. Steuersatz dann, Paragraf 12 habe ich auch schon was vorbereitet. Für die Entstehung habe ich auch schon was vorbereitet. Paragraf 13. Der 13b ist ja hier nicht relevant. Und für den Steuerschuldner, das ist so lapidar, da werde ich jetzt kein Video für erstellen. Bei den Steuerbefreiungen waren wir ja schon gelangt. Nämlich im Lernfeld 3 macht man ja nur Steuerbefreiungen nach 4 Nummer 8 bis 29. Zum Beispiel 4 Nummer 12. Die anderen, die mit Auslandssachverhalten zu tun haben, warten im Lernfeld 6 auf Sie. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit der Option. Möchte ich aber jetzt noch nicht mit ihm vorstellen, sondern zunächst möchte ich mit Ihnen mal hier in diesen Ausgangssachverhalt gehen. Wir haben den steuerpflichtigen Vermieter Egon Appelt. Der hat ein gemischt genutztes Haus, das sehen Sie hier. Baujahr 2022, drei Etagen, alle gleich groß mit 100 Quadratmeter. Jede Etage 1000 Euro netto Miete im Monat. Und die erste Frage ist, was ist, wenn wir gar nicht optieren? Wenn wir einfach, wie sind die Umsätze zu beurteilen? Im Erdgeschoss vermietet an einen Lebensmitteleinzelhandel. Erste OG vermietet an einen Arzt, Allgemeinmediziner. Dann darüber wohnt der Arzt, hat er seine Privatwohnung. Wenn wir erstmal die erste Fragestellung betrachten, wie ist es, wenn wir nicht optieren? Dann ergibt sich folgende Lösung. Die Umsätze sind eine sonstige Leistung. Dann bestimmen wir ja immer den Ort. Wir würden in den 3a gehen. Ort nach 3a, 3 Nummer 1. Umsätze im Zusammenhang mit dem Grundstück. Und in Buchstaben a werden wir fündig, nämlich Umsätze, die in § 4 Nummer 12 genannt werden. Und da sind wir ja hier. Ort, da wo das Grundstück ist, Hannover. Steuerberater nach 1, 1 Nummer 1. Und dann noch Steuerbefreit nach 4 Nummer 12a. Und dann würde ja die Prüfung aufhören. Und das ist ja bei allen 3 Stockwerken der Fall. Und jetzt gucken wir die anderen Fragestellungen an. Nämlich Variante B. Wie sind die Vermietungsumsätze zu beurteilen, wenn nach § 9, soweit es geht, optiert werden soll? Stichwort Baujahr 22. Und dann werden wir uns noch C angucken, was würde sich ändern an der Lösung, wenn das Gebäude im Jahre 1950 gebaut worden wäre. Und jetzt ist es an Ihnen erstmal anzuhalten, die Geschichte, um für sich erstmal diese Option zu durchdenken und die Sachverhalte zu lösen. Ja und jetzt gehen wir in die Musterlösung rein. Zunächst erstmal die Erläuterung. § 9. Was sind die Tatbestandsmerkmale? Rechtsfolge wäre ja, dass wir dann den Umsatz steuerpflichtig behandeln können. Wir betrachten nur den 9.1 und den 9.2. Erstes Tatbestandsmerkmal, Umsatz, 4 Nummer 8a bis G, Nummer 9, Nummer 12, 13 oder 19. Nächstes Tatbestandsmerkmal, Umsatz an einen Unternehmer, für dessen Unternehmen. Also wir brauchen B2B-Umsatz. Das habe ich Ihnen auch dargestellt, hier in einer Übersicht, nämlich Tatbestandsmerkmal, Umsätze nach § 4. Wichtig ist vor allem die Nummer 12, weil die kommt immer in Klausuren dran. Ich habe in den seltensten Fällen einen 4 Nummer 8a-Fall gesehen. Das wären hier Finanzumsätze oder einer mit Grunderwerbsteuer. Sondern immer solche Vermietungsumsätze. Und dann an einen Unternehmer, Leistungsempfänger muss also ein Unternehmer sein und der muss den Umsatz für sein Unternehmen nutzen. Also es muss eine B2B-Leistung sein. Das habe ich hier für Sie auch in dem Schema hinterlegt. Übrigens das PDF-Skript, das finden Sie hier drunter. Genauso wie natürlich diese Seite für meine tollen Videos, Erklärvideos mit Musterlösung. So, als nächstes, was auch noch geprüft werden muss, wenn man einen Umsatz hat nach 4 Nummer 9a oder nach 4 Nummer 12a, beziehungsweise 12b und c, dann muss man nämlich zusätzlich noch den Absatz 2 prüfen. So, nämlich Tatbestandsmerkmal, wenn ich eine Vermietung und Verpachtung nach 4 Nummer 12 habe. Diese Übertragung von Erbbaurechten können Sie weglassen. In der Steuerfachangestelltenausbildung ist nicht für Sie relevant. Und die Buchstaben B und C sind für Sie auch nicht relevant. So, und dann ist noch hier gelb. Der Leistungsempfänger das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Also das Grundstück muss für Vorsteuer, man sagt immer Vorsteuer, unschädliche Umsätze verwendet werden, die also einen Vorsteuerabzug berechtigten. Habe ich hier dargestellt in Ihrem Schema. Leistungsempfänger verwendet das Grundstück ausschließlich für Umsätze oder beabsichtigt eine Verwendung für Umsätze, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit dieser ausschließlichen Verwendung gemeint? Eine Antwort haben wir in Abschnitt 9.2 Absatz 3 Satz 2 Umsatzsteueranwendungserlass. Den habe ich hier auch mal für Sie aufgemacht. Eine geringfügige Verwendung für Ausschlussumsätze kann angenommen werden, wenn im Falle der steuerpflichtigen Vermietung die auf dem Mietzins für das Grundstück im Besteuerungszeitraum höchstens zu 5% vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen werden. Das ist die Bagatellgrenze. Höchstens zu 5% Ausschluss, also bis 95%. Wenn wir da drunter sind, ist aus die Maus, dann wäre die Option nicht mehr möglich. So, und jetzt gehen wir in die zweite Fragestellung rein. Wie würden wir es jetzt beurteilen, wenn wir, soweit es geht, optieren können? Nochmal klar machen, eine Vermietung nach 4 Nummer 12a, also ein bestimmter Umsatz wie 4 Nummer 12a, an einen Unternehmer fürs Unternehmen nach 9.1 und dann prüfen wir noch 9.2, nämlich der Mieter in dem Fall muss zum Vorsteuerabzug berechtigt sein. Das Gebäude nutzen für Umsätze, die ausschließlich zu diesem Vorsteuerabzug berechtigen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. B. Erstmal unten das Erdgeschoss. Wir vermieten hier an den Lebensmittelhandel. 3.9, 3a3 Nummer 1 Satz 2, Steuerbar 1.1 Nummer 1, grundsätzlich steuerfrei. Jetzt die Frage, können wir nach 9.1 optieren? Wir haben einen Umsatz nach 4 Nummer 12a, ist erfüllt. Plus, Leistungsempfänger, Unternehmer, ja, der Lebensmitteleinzelhändler. Plus, Vermietung für dessen Unternehmen, ja, da ist der Laden drin. Plus, alles erfüllt. Dann müssen wir noch 9.2 prüfen, weil wir ja einen Umsatz im Sinne von 4 Nummer 12a haben. Der Leistungsempfänger, der Lebensmittelhändler, der macht ausschließlich Umsätze, die vorsteuerunschädlich sind. Nämlich steuerpflichtige Umsätze, führt er aus. Und das heißt, 9.1 ist erfüllt, 9.2 ist erfüllt, wir können optieren. Das heißt, dieses Erdgeschoss ist schon mal steuerpflichtig, dank erfolgreicher Optionen. Können wir es entsprechend wählen und behalten. Vermietung an Arzt. Prüfen wir das Gleiche. Steuerfrei nach 4 Nummer 12a, grundsätzlich, das ist erstmal das Gleiche wie vorher auch. Jetzt ist die Frage, ist die Option möglich? Wir prüfen 9 Absatz 1, der ist uns zunächst erfüllt, nämlich wir haben Umsatz nach 4 Nummer 12a. Der Leistungsempfänger ist ein Unternehmer, nämlich ein Arzt, für dessen Unternehmen ist auch erfüllt, nämlich da ist die Praxis drin. Jetzt prüfen wir 9.2. Ist der Arzt mit seiner Praxis zum Vorsteuerabzug berechtigt? Nein, denn der Arzt führt Umsätze nach 4 Nummer 14 aus. 4 Nummer 14 ist 4 Nummer 8 bis 29. Das sind doch die Umsätze, die steuerfrei ohne Vorsteuerabzug sind. Und deswegen haben wir hier Vorsteuerschädliche Umsätze und der 9.2 ist kaputt. Die Vermietung bleibt steuerfrei. Jetzt die Vermietung an den Arzt mit seiner Wohnung da drin. Das ist das Gleiche. Jetzt die Frage, können wir optieren? Erstmal prüfen 9.1. Wir haben einen Umsatz nach 4 Nummer 12a, der steuerfrei ist. Das ist erst erfüllt. Vermiete ich an einen Unternehmer? Ja, tue ich nämlich an den Arzt. Vermiete ich für dessen Unternehmen? Nein, da ist seine Wohnung drin. Und deswegen ist das nicht erfüllt. Habe ich hier mit Minusvergaben. Es bleibt alles steuerfrei. So, heißt also im ersten Sachverhalt bei dem umsatzsteuerlichen Neubau, im Erdgeschoss können wir optieren. Im ersten OG und im zweiten OG können wir nicht optieren. So, jetzt gehen wir in die nächste Aufgabenstellung ein. Die nächste Aufgabenstellung hatte die Fragestellung, was ist, wo haben wir nochmal hier, wie ist der Fall zu beurteilen, wenn das Gebäude jetzt das Baujahr 1950 hat? Und für das Baujahr 1950 müssen wir uns mal den Paragraf 27 angucken. 27, 2 Nummer 3 genau. So, jetzt können Sie auch wieder mit Farben markieren. Grün die Rechtsfolge, gelb die Tatbestandsmerkmale. Die Rechtsfolge wäre 9.2 ist nicht anzuwenden. Das bitte grün markieren. Und dann markieren Sie bitte mit gelb, vor dem 1.11.1998 fertiggestellt worden. Dann markieren Sie noch gelb das UND. Und dann markieren Sie noch, vor dem 11.11.1993 begonnen worden. So, wenn das Gebäude also vor dem 1.11.1998 fertiggestellt und zugleich Baubeginn vor dem 11.11.1993 war, dann haben wir einen Altbau mit der Rechtsfolge 9.2 ist nicht zu prüfen. Und beides ist ja bei Baujahren 1950 erfüllt. Hat also zur Rechtsfolge, dass ich nur den 9.1 prüfe und nicht den 9.2. Und jetzt gucken wir uns mal die Lösung für dann den umsatzsteuerlichen Altbau an, was sich an der Lösung verändert. Hier habe ich das auch nochmal für Sie markiert mit den Tatbestandsmerkmalen, wie Sie es auch bei sich übernehmen könnten. Also, Rechtsfolge, keine Anwendung von 9.2, wenn ich die Option prüfe. Ich fange wieder unten an. Vermietung einen Lebensmittelhandel. Der ist ja grundsätzlich steuerfrei nach 4 Nummer 12a. Jetzt 9.1. Umsatz nach 4 Nummer 12a haben wir. Leistungsempfänger immer noch der Unternehmer, nämlich der Lebensmittelhändler. Vermietung an dessen Unternehmen auch erfüllt. Wir können optieren. Nach 9.1. Da haben wir keine Änderung. Vermietung an den Arzt. Die Vermietung an den Arzt vorher konnten wir ja nicht optieren. Es scheiterte an 9.2. Jetzt prüfen wir wieder. Optionen nach 9.1. 4 Nummer 12a ist erfüllt. Wir haben ja eine steuerfreie Vermietung grundsätzlich. Grundstück. Dann Leistungsempfänger ist ein Arzt. Vermietung für dessen Unternehmen die Praxis ist erfüllt. 9.2. Mit der Vorsteuerschädlichkeit oder Unschädlichkeit der Umsätze ist nicht mehr zu prüfen. Die Vermietung kann als steuerpflichtig dank erfolgreicher Optionen behandelt werden. Jetzt können wir optieren. Hier ändert sich also die Lösung. Genau hier haben wir die Änderung der Lösung. Hier hatte sich nichts verändert. Jetzt oben. Vermietung an den Arzt. Als Wohnung prüfen wir wieder 9.1. Da scheitert die Option weiterhin, weil wir ja nicht für dessen Unternehmen vermieten. Das heißt, hier haben wir die Änderung. Ja und das war es, was ich Ihnen zur Option vermitteln wollte. Sie haben also ein Paragraph 9.1, den man als erstes prüft. Bestimmte Umsätze wie Finanzumsätze nach 4 Nummer 8a bis G oder 4 Nummer 9a, Grundstücksumsätze oder 4 Nummer 12a. Diese Umsätze haben Sie immer in Steuerfachangestelltenausbildung. Dann prüfen Sie, ob Sie einen B2B-Umsatz haben. Und dann prüfen Sie noch den 9.2. Bei diesen 4 Nummer 12a Umsätzen, nämlich ob der Mieter zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und ausschließlich solche Umsätze Obergrenze 95% ausführt. Und die haben Sie zu prüfen. Beim umsatzsteuerlichen Altbau brauchen Sie nur den 9.1 prüfen. Das steht ja so im 9.2, 27.2 Nummer 3 drin. Kleiner Tipp, Sie können doch ein Post-Set machen. Wenn Sie das dürfen, zumindest in Niedersachsen dürfen Sie das machen. An dem Paragraph 9 Absatz 2, so ein Paragraphenhinweis, guckt bitte in 27 rein. Und wenn Sie es da entsprechend gemarkert haben, dann brauchen Sie das auch nicht auswendig lernen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und beim nächsten Mal ist Bemessungsgrundlage dran.